So, wir sind schon bei Folge 12 von Straight Loud und ich habe wieder Dominik als Gast und heute zum Thema NAS richtig ausgesprochen, hoffe ich. Ja, wir wollen erstmal darüber reden, was ist denn überhaupt ein NAS? Hallo Dominik. Hallo Frederik. Ja, ich bin auf deinen YouTube-Kanal ja gestoßen, du machst ja ziemlich viele Videos zu Synology NAS. Vielleicht kannst du uns erstmal aufklären, was ist denn Synology und ja, was stellen die denn Interessantes her? Ja, also Synology ist einer der größten oder wenn nicht sogar der größte NAS-Hersteller weltweit, würde ich mal sagen und ja, die stellen NAS-Geräte her, wie der Name so sagt, sind jetzt auch auf dem Gebiet von Routern aktiv schon ein paar Jahre und versuchen da in Anführungsstrichen Fuß zu fassen und das ist das, was man zu Synology sagen kann. Das Wichtigste aber dabei ist das Betriebssystem. Das Betriebssystem, das auf den NAS des Herstellers läuft, denn das ist das Entscheidende, warum die Menschen oder beziehungsweise warum Menschen sich für oder gegen ein Synology NAS entscheiden, denn das ist so einfach und trotzdem so, ja, wie soll ich sagen, weitreichend von der Funktion gedacht, wie nur möglich. Jetzt hast du schon das Stichwort Betriebssystem gesagt, das heißt, wir reden bei einem NAS von einem Computer. Ich würde sogar sagen von einem Minicomputer, von einem Server, der Dienste bereitstellt. Ich würde es mal so sagen, NAS heißt ja eigentlich im ursprünglichen Network Attached Storage, das heißt, du hast im Netzwerk einen Speicher, der mehreren oder allen zur Verfügung steht. Das war der Urgedanke von einem NAS. Heute, und das formuliert Synology gerade im Jahr 2018 beispielsweise um, heißt das Ganze Network Application Server. So ist es umformuliert. Das heißt, auf diesen ursprünglichen Speicher Server läuft jetzt nicht nur der Dienst des zur Verfügung stellen des Speichers, sondern ganz, ganz viele weitere Applikationen. Und um die Frage zu beantworten kurz, ja, es ist ein Computer. Ich hatte jetzt hier als Frage natürlich noch aufgeschrieben, Unterschied zu einem Server, aber wie du jetzt ja gerade gesagt hast, ist es ja im Grunde ein Server, der im Heimnetzwerk steht, richtig? Ja, und im Firmenetzwerk, denn diese NAS gibt es nicht nur als Tischgeräte, sondern tatsächlich auch als sehr leistungsfähige, große Geräte, die du in einen Serverschrank einbauen kannst. Das gibt es dann in verschiedenen Höheneinheiten und auch in verschiedenen Leistungsstufen. Das kann durchaus sein, dass du in einer solchen Rackstation, wie es bei Synology heißt, dann ein oder zwei Xeon-Prozessoren vorfindest, die entsprechend Leistung bieten. Ähnlich wie ein Server. Bleiben wir mal bei den Heimgeräten. Für wen ist denn so ein Gerät interessant? Hm, für wen ist so ein Gerät interessant? Ich sage mal so, wenn jemand alleine zu Hause ist und nur mit dem Computer arbeitet und damit zufrieden ist, ist das schön und gut. Sobald aber Dinge ins Spiel kommen, wie wir möchten gemeinsam oder ich möchte meine Daten nicht auf meinem Computer, sondern auf einem Gerät ablegen und mir tut die USB-Platte jetzt nicht ganz so gut. Und mir gefällt das irgendwo nicht wegen Datensicherung, wegen proprietärem Dateisystem wie NTFS beispielsweise. Was ist denn, wenn ich mal zum Mac wechsle oder was ist denn, wenn ich mal Linux einsetze? Für so jemanden könnte es interessant sein zu sagen, okay, ich schaffe mir ein kleines NAS an, da lege ich meine Daten drauf. Oder ich möchte Dienste in meinem Netzwerk zur Verfügung stellen. Das kann anfangen beim Streamen von Filmen zum eigenen Fernseher oder zu iOS- oder Android-Geräten, also einem Tablet beispielsweise. Oder ich gehe noch weiter und sage, hey, ich möchte eine Kameraüberwachung haben. Das können heutige NAS-Systeme sehr, sehr gut und etabliere damit zusätzlich zu dem Netzwerkspeicher, zu dem Streamen noch die Kameraüberwachung. Und für so jemanden wäre das beispielsweise im Privathaushalt auch geeignet. Ich kenne ganz viele, die ein oder zwei Kameras in ihrer Wohnung, in ihrem Haus haben und dafür das NAS gebrauchen. Das heißt, da werden dann die Aufnahmen verwaltet, die die Kamera macht? Genau, da wird einerseits unter Umständen die Bewegungserkennung, also der Alarm, generiert, dass du mobil auch darauf zugreifen kannst von unterwegs und benachrichtigt wirst. Hey, da gab es jetzt eine Bewegung und die Aufnahmen werden darauf gespeichert und sämtliche andere Dinge, die man mit so einer Überwachungsstation machen kann, natürlich auch. Bleiben wir mal bei den ganz einfachen NAS. Also wenn ich jetzt als Nicht-Techniker mir überlege, ich habe jetzt verschiedene Geräte im Netzwerk, die vielleicht was mit diesen Diensten, wie du schon angesprochen hast, anfangen können. Also das meiste wird ja trotzdem immer noch sein, dass man Speicher zur Verfügung stellt. Also ich habe jetzt bei mir als Anwendungszweck zum Beispiel, dass ich meine Bilder vom Urlaub darauf einfach speichere und gleichzeitig die auf dem Handy anschauen kann und auch auf dem Fernseher abspielen kann. Genau. So ein klassischer Anwendungsfall, den fast ja eigentlich jeder mittlerweile hat, so Digitalbilder vom Urlaub. Wenn ich da jetzt einsteigen möchte als kleiner Haushalt mit moderaten Datenbeständen, was muss ich denn da zahlen? Hängt immer davon ab, wie weit man gehen möchte. Meine Erfahrung ist, wenn man klein anfängt und dann erst mal, ab Deutsch gesagt, Blut geleckt hat, dann geht man weiter. Das heißt, man wird dann irgendwann höchstwahrscheinlich feststellen, oh, die 150 Euro, die ich für das kleine Gerät jetzt ausgegeben habe, die hätte ich mal besser in weitere 50 oder vielleicht sogar 150 oder 200 Euro investieren sollen. Denn das, was das Gerät kann, hätte ich nie gedacht, dass ich das alles jemals nutze. Das ist so meine Erfahrung. Denn du sagst es ja, du fängst mit den Urlaubsbildern an. Das können die Geräte für 150 Euro mit Sicherheit ganz gut. Aber dann stellt man fest, oh, jetzt gehen auch noch Videos und jetzt ruckelt es. Verstehst, was ich meine? Dann investiert man 100 Euro mehr, bist du bei 250 Euro, bist du ganz gut aufgestellt. Mit, ich sag mal, um die 300 Euro hast du schon ein Gerät, wo ein Intel-Prozessor drin ist, wo du vielleicht bis 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher gehen kannst und definitiv alles, was das Betriebssystem und die zusätzlichen Apps eines solchen NES hergeben, auch nutzen kannst. Ja, du hast gesagt 150 Euro. Ich habe mir jetzt mal, wir werden jetzt von Synology geredet, aber ich rede jetzt mal von QNAP. Die haben zum Beispiel einen NES mit zwei Schächten für 180 Euro im Angebot mit einem ARM-2-Kernprozessor und 1,7 GHz. Mal das einfach als Beispiel. Dazu kommen natürlich noch die Kosten für die zwei Festplatten, die man reinschiebt. Da gibt es dann auch wieder Kompatibilitätslisten von den Herstellern, sowohl von QNAP als auch Synology. Also wenn man es dann summa summarum rechnet, muss man wahrscheinlich selbst für eine günstige Erstanschaffung schon mal mit 350 Euro rechnen oder sage ich da was Falsches? Ja, das hängt jetzt von der Festplattengröße ab. Bei den Festplatten muss man natürlich eins sagen, wenn du diese Festplatten einmalig angeschafft hast, dann ist das ja auch etwas für dein nächstes NES. Ich möchte kurz ein Beispiel dazu sagen, die Festplatten, die ich im Jahr 2012 angeschafft habe und ordentlich behandelt habe, wohlgemerkt, also nicht ständig an-aus, nicht ständig aus dem Ruhezustand aufbecken, die funktionieren heute nach sechs Jahren immer noch. Mein Problem war, ich war zu geizig und habe damals nicht die 4 TB, sondern die 3 TB genommen und der Speicher wurde knapp. Und deshalb würde ich bei Festplatten eher sagen, das ist die Erstanschaffung, die ich aber unter Umständen nach einem Upgrade noch weiter nutzen kann. Gut, also halten sich die Kosten doch in Grenzen, wenn man damit mit den Festplatten richtig kalkuliert und mit dem Gerät. Ja, aber kann sich denn jeder so ein Nest zu Hause hinstellen? Also muss man da irgendwie IT-Nerd sein, um die bedienen zu können? Oder wie sieht es denn da aus? Nehmen wir mal das Beispiel Synology. Ich kann vielleicht später noch was zu QNAP sagen. Also ich persönlich halte es für definitiv möglich. Einerseits bieten alle Hersteller, also die großen, ich sage mal Synology und QNAP, sehr gute Hilfe im Internet an. Und zum Zweiten, auf YouTube findest du garantiert Tutorials, wie du etwas einrichtest. Und für jemanden, der Technik nicht so gut beherrscht, gibt es die Assistenten für die Einrichtung und auch wirst du an die Hand genommen, wenn du das Gerät einrichten möchtest. Denn es geht prinzipiell darum, du kriegst das Gerät, packst es aus, steckst die Festplatten rein. Das ist wirklich easy. Da muss man nicht irgendwie ein Techniker sein dazu. Netzwerkkabel ran, Strom ran und einschalten. Der Rest geschieht am Computer über Assistenzsoftware oder über den Browser, über den handelsüblichen Browser, egal welcher das ist. Und über eine Adresse, wie zum Beispiel find.synology.com, dann wird deine Diskstation gefunden und du wirst in vier Schritten oder drei Schritten, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, an die Hand genommen und das Ding läuft. Und das Gleiche übrigens auch bei QNAP. Das würde ich auch nochmal unterstreichen. Also das sind ja im Moment immer noch so die Nerd-Geräte scheinbar, die Nases. Aber ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Also QNAP kann man anschließen und dann gibt es sogar schon Freigaben standardmäßig. Also man müsste im schlimmsten Fall nicht mal mehr auf die Oberfläche. Ja doch, man muss einmal einrichten, du hast recht, man muss ja das RAID konfigurieren. Und dann kann man direkt schon loslegen, wenn man einmal den Assistenten durchgeklickt hat. Genau, so ist das, ja. Wie ist denn die Kompatibilität zu anderen Geräten? Ich meine, man hat ja im Netzwerk vielleicht jemanden, der einen Mac benutzt, ein anderer will einen Linux benutzen, dann hat einer Android oder iOS oder vielleicht irgendwie Kodi am Fernseher hängen oder Fernseher allgemein. Kann ich das Nest von allen Geräten aus benutzen? Also theoretisch ja. Die Computer, da sehe ich überhaupt gar kein Problem, ob das jetzt Windows, Mac oder Linux ist. Die können alle über das SMB-Protokoll beispielsweise wunderbar darauf zugreifen. Es wird auch speziell noch für die Computer entsprechende Protokolle bereitgestellt, wenn ich tiefer in die Materie einsteigen wollte. Für die iOS und Android-Geräte stehen die offenen Standards zum Streamen zur Verfügung. Andererseits aber auch bieten die Hersteller grundsätzlich die Apps auch an, um vielleicht Komfortfunktionen nutzen zu können. Ich nenne ein Beispiel, ich gucke abends noch ein Video vom letzten Urlaub, das geht eine Stunde, schaffe es aber nicht, weil ich müde werde, drücke auf Pause und möchte es am nächsten Tag wieder fortsetzen. Dann kann ich sowas mit den Apps von den Herstellern ganz einfach machen. Gleiches gilt für den Fernseher, wo du erwähnt hast. Rudimentär kann der Fernseher das Streamen, ich sage mal über DLNA, das Protokoll, wenn er es kann, funktioniert. Oder wie mein Fernseher beispielsweise von Samsung, so ein Smart TV, da kann ich heute schon Apps installieren. Und da liefert beispielsweise Synology die von mir benannte DS-Video-App ebenfalls mit, wo ich dann fortsetzen kann oder Komfortfunktionen nutzen kann. Das hört sich ja erstmal ganz spannend an, das sind jetzt aber im Grunde die ganzen Funktionen, die du jetzt beschrieben hast, basierend darauf, dass ich Sachen auf dem NAS speichern kann. Sei es Filme oder Bilder, die ich dann eben auf meinen Endgeräten abspielen kann. Aber es gibt ja noch mehr, was so ein NAS kann. Du hast ja vorhin schon erzählt, man kann Kameraüberwachung machen. Was sind denn noch für Leute, die das jetzt nur privat nutzen möchten, was sind denn da interessante Funktionen, was so ein NAS bereitstellt? Also ich sage mal so, ich habe mich komplett losgesagt von Cloud-Diensten. Ich habe gesagt, ich möchte meine Kontakte, meinen Kalender, ich möchte meine E-Mails nicht bei Google, Apple oder sonst wem haben, nicht mal bei meinem Anbieter hier in Deutschland, Strato beispielsweise, sondern ich möchte das alles bei mir haben. Das bietet dir heute ein NAS auch, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt Kontakte mit meiner Frau, mit meinen Freunden, wie auch immer, zusammen nutzen, mit meiner Familie. Dann kann ich das mit einem NAS ganz einfach realisieren. Das gleiche gilt für Kalender. Da stehen auch offene Protokolle wieder zur Verfügung. Das Call-Duff und Card-Duff-Protokoll, was die meisten Programme können. Outlook beispielsweise nicht, um das mal kurz rauszunehmen. Und wie du es auch sagtest, Fotos, all das befindet sich auf dem NAS und du bist komplett unabhängig, weil du es selber in Anführungsstrichen hosten kannst, auch über eine kleinere Internetleitung. Das heißt, man kann dann von außen, also man muss nicht nur im Heimnetzwerk sein, sondern kann auch aus dem Internet auf diese Funktionen zugreifen. Genau. Und wichtig dazu zu sagen ist, es ist verschlüsselt, das Ganze. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Da waren die Hersteller noch etwas laxer im Umgang mit dem Ganzen. Heute, wenn du dem Assistenten tatsächlich folgst und den Hinweisen, dann ist der Zugriff von deinem Endgerät auf dein NAS von fern über das Internet schon verschlüsselt. Welche Techniken kommen bei der Verschlüsselung zum Einsatz? Ist das dann SSL? Ja. Bekomme ich da ein Zertifikat, das auch die Browser akzeptieren oder ist das ein selbstsigniertes? Genau. Die größten, also standardmäßig ist das selbstsignierte Zertifikat erstmal grundinstalliert. Allerdings, und das muss ich dazu sagen, haben sämtliche Anbieter, die großen, da den Let's Encrypt Inst integriert. Das heißt, du kannst auch hier via Assistent, das ist bei Synology vier Schritte, einfach ein Zertifikat von Let's Encrypt für deine dünne DNS oder Adresse oder sogar deine Hostname, wenn du jetzt hier eine feste IP hast oder wenn du bei Strato bist oder einem anderen Anbieter, der dünne DNS für deine Subdomain, Domain bietet, dir abrufen. Und dann ist das Ganze auch ein gültiges Zertifikat, ohne dass du die Warnung bekommst. Ja, das hört sich ja gut an. Jetzt kommen wir aber mal zum Thema Backup. Dafür werden es ja wahrscheinlich viele am Ende nutzen, richtig? Zusätzlich, ja. Was ist denn da zu beachten? Also ich habe jetzt ja zum Beispiel, wenn ich so ein 2-Bay-NAS habe, also wo zwei Festplatten drinstecken, sollte man das ja im RAID 1 konfigurieren und RAID 1 heißt, die Festplatten spiegeln sich. Also das heißt, wenn man zwei 4TB Festplatten hat, stehen 4TB zur Verfügung und die anderen dienen als Spiegelung des RAID. Habe ich da nicht schon eine Sicherung? Also ein RAID ist kein Backup. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, denn ein Backup zeichnet sich durch Versionisierung aus und es zeichnet sich dadurch aus, dass ich zurückgeben kann. Das heißt, einfaches Beispiel, dieser Spiegel, da wird auf beide Platten, um es einfach auszudrücken, gleichzeitig geschrieben. Wenn du heute mir 4 GB da weglöscht, dann kannst du die nicht wiederholen. Die sind weg, außer natürlich Papierkorb, ganz klar. Naja, auf dem NAS gibt es auch einen Papierkorb. Oder ich ändere dir eine Word-Datei, die, was weiß ich was, 10 Seiten hat, mit nur einem Buchstaben speichere die und du sagst, oh nee, jetzt ist alles weg, gib mir da mal wieder meine alte Datei, dann kommst du da nicht zurück. Bei einem Backup kannst du sagen, ja, wir haben jetzt die Datei von diesem Datum, mit der Uhrzeit, von dem zu dem zu dem. Ich kann vielleicht sogar Monate zurückgehen und dir das wieder herstellen. Oder anderes Beispiel, das NAS fällt dir runter, brennt ab, wird geklaut, dann bringt dir der Spiegel auch nichts. Das heißt, man müsste noch eine zusätzliche versionierte Sicherung machen. Wie macht man das am besten an einem NAS? Am besten, das ist gut, am besten würde ich sagen, an einem zweiten Standort auf ein zweites NAS mehrmals am Tag eine Sicherung machen. So mache ich beispielsweise. Und zusätzlich noch für das schnelle Recover, wenn du so richtig nerdig bist, dann hast du hier noch ein USB-Volume, sage ich jetzt bewusst mal, nicht eine USB-Festplatte, wo du zusätzliche Sicherungen drauf machst, damit, wenn es im Schadenfall nötig ist, du nicht angewiesen bist, etliche Gigabyte oder Terabyte über das Internet wiederherzustellen. Ja, das ist ja auch einfach möglich. Die Geräte haben ja mehrere USB-Ports, also da könnte man zumindest für die wichtigen Dateien, wird ja vielleicht auch sogar ein USB-Stick oder eine größere USB-Platte ausreichen, um da eine versionierte Sicherung drauf zu machen. Ja. Was man ja auch nicht vergessen darf, es geht ja nicht nur um Datenverlust, sondern es kursieren ja auch diese Kryptotrojaner aktuell. Ja. Die das Backup, oder nicht nur das Backup, die versuchen ja alle Dateien, an die die kommen, zu verschlüsseln. Das kann ja dann auch am Ende das NAS betreffen, wenn die Laufwerke eingehängt sind im Betriebssystem, würden die ja auch anfangen, das zu verschlüsseln. Auch da ist ja so eine versionierte Sicherung wieder wichtig, dass ich zurück kann und noch wichtiger ist, dass an diese versionierte Sicherung dieser Kryptotrojaner gar nicht rankommt. Und das war auch so meine Lösung mit der USB-Festplatte am NAS, weil ich habe ja im NAS nur Benutzerverwaltung, also das kann ja nicht jeder Nutzer alles oder auf alle Dateien zugreifen. Und so kann ich dann reglementieren, dass ich zum Beispiel vom PC aus gar nicht auf die USB-Festplatte draufkomme. Das heißt, der Kryptotrojaner da auch gar nicht wüten kann und ich immer noch diese Sicherung hätte, um die wiederherzustellen. Genau, denn die Sicherung läuft ja in dem Falle dann von dem NAS, wie du sagtest, auf die USB-Festplatte ab, wo der Kryptotrojaner überhaupt nicht agieren kann. Und du als User hast auch die Backup-Festplatte, die am NAS hängt, keinen Zugriff, sondern lediglich ein dedizierter Benutzer und auch nur das Backup-Programm und nichts anderes, was auf dem NAS läuft. Jetzt müssen wir doch nochmal über Synology und QNAP reden. Also ich habe mir vor einem Jahr oder eineinhalb Jahre, das ist es bald her, das NAS gekauft hat und mich ein bisschen informiert. Und es ist ja tatsächlich so, es gibt mehrere Hersteller von diesen Geräten und nicht, dass jetzt einer hier die Folge hört und losläuft und kauft sich irgendwas Billiges. Die gibt es ja auch, die deutlich günstigeren Systeme als für QNAP oder Synology. Das Problem ist, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, am Ende das Betriebssystem, weil damit steht und fällt, welche Dienste auf dem Gerät laufen oder wie viel Arbeit es ist, da was zum Laufen zu bekommen. Deshalb, ich mache es ungern, aber ich würde trotzdem mal empfehlen, dass man sich da sehr genau informiert und vielleicht doch zu der Entscheidung kommt, ein bisschen mehr Geld auszugeben, nämlich für so ein Markengerät, das dann einem auch garantiert, dass es auch Updates und so weiter gibt. Also bei QNAP habe ich es gesehen, bei Synology gehe ich mal davon aus, das ist ähnlich. Die unterstützen ja jahrelang, zumindest auch mit Sicherheitsupdates, die Geräte. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass das wichtig ist am Ende. Genau, das ist richtig. Jetzt wollte ich noch ein bisschen, wir haben ja über Anwendungsszenarien geredet, es gibt ja aber auch noch Erweiterungsmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt das Nest aufmache, habe ich prinzipiell mal die Möglichkeit, dass bestimmte Dienste halt laufen, also zum Beispiel der Samba File Share, also das SMB-Protokoll von Microsoft. Aber ich kann es ja noch nachrüsten mit sogenannten Apps, weil es ist ja ein ganz normales Betriebssystem, das da draufläuft. Und wahrscheinlich ist die App, was du jetzt schon erzählt hast mit E-Mails und so weiter, ist ja wahrscheinlich auch eine Erweiterung oder eine App, die du dann installiert hast, richtig? Genau so ist es, ja. Ich habe einen kompletten E-Mail-Server installiert, der passiert auf Postfix. Allerdings schimpft sich das Ganze, vielleicht will ich nicht schimpfen sagen, aber das Ganze heißt bei Synology E-Mail-Plus-Server und bietet mir, ich würde fast schon sagen, einen richtigen Exchange-Ersatz. Und das heißt, das ist aber jetzt, ist das mit viel, also muss ich da echt IT-Nerd sein oder kann ich da einfach im, du hast ja gesagt, man administriert es über eine Web-Oberfläche, ich gehe in den Browser, also auf die Oberfläche von meinem Nest, gehe dann in den App-Store, so wie ich es von meinem Handy kenne und sage, Mailserver installieren und dann kommt ein Wizard und der führt mich dann durch alle Schritte und dann habe ich eine E-Mail-Adresse? Nein, also beim Mailserver muss ich dich unterbrechen. Also Mailserver ist schon etwas, was ich als Privatmann nicht machen würde einfach. Ich habe tatsächlich ein Tutorial erstellt, das dauert eine Stunde etwa und ich habe versucht, alles abzufangen, was man auch bedenken muss und habe auch eindringlich gewarnt, dass das jeder so nachmacht. Und wenn, dann tatsächlich alle Regeln eines E-Mail-Servers bedenkt. Denn so einfach ist es nicht, gerade so einen E-Mail-Server aufzusetzen und das geht dann auch eher in die Richtung, hey, das Nest bietet dir als Privatmann die ganzen Dienste mit dem Foto, mit dem Kalender. All das kann ich als Privatmann locker machen. Aber zusätzlich habe ich auch noch die Möglichkeit, diese Dienste zu nutzen, die dann doch vielleicht weitere Kenntnisse erfordern. Ich meine jetzt Mailserver ist eins, virtuelle Maschinen. Ich kann auf dem Nest auch virtuelle Maschinen laufen lassen und nicht nur eine, sondern mehrere. Ich kann einen Radioserver installieren. Ich kann einen VPN-VPN-Server installieren. Und das sind dann die Dinge, wo ich als Privatmann vielleicht eher nicht rangehen würde, wenn ich mich damit nicht auskenne. Wobei VPN zum Beispiel, also ich kann es ja immer nur jetzt von der QNAP-Seite erzählen, das fand ich ziemlich einfach. Da gibt es einfach eine VPN-App. Da drückt man dann bei OpenVPN auf Einschalten und definiert noch ein Passwort und kriegt die Konfigurationsdateien für die Endgeräte als Zip zum Rundenladen. Und kann eigentlich dann schon loslegen. Man muss natürlich die dünne DNS haben, noch eine Port-Weiterleitung machen, aber ab dann funktioniert es eigentlich schon. Ja. So einfach ist es auch bei Synology. Aber glaube mir, im Support, da hatte ich jetzt dann doch schon häufiger, ich bin einfach dran gescheitert. Ich konnte dies nicht, ich konnte jenes nicht. Gerade 11.94 UDP für den OpenVPN-Server, dann stand da TCP drin, dass das nicht funktioniert. Okay, die Zip-Datei, die man runterlädt, wie kriege ich die denn auf dem iOS-Gerät? Dann musste man iTunes öffnen und das dann in die Dateifreigabe des OpenVPN-Apps reinspielen. Da sind viele dran gescheitert. Doch nicht ganz so einfach. Aber ich finde, also gerade für OpenVPN, ich habe jetzt das NAS, also was mache ich da drauf eigentlich? Eigentlich nur Sicherung, ganz verrückt. Ich habe jetzt auch zwei Stück hier stehen und benutze eigentlich auch gerne den VPN, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil sonst müsste ich ja verschiedene Protokolle ins Internet freischalten. Und wenn ich mich jetzt auf den VPN beschränke, dann muss ich ja nur ein Port freischalten. Also so Sicherheitsbedenken, wie sieht es da bei dir aus, dass man, wenn man so viele Dienste da drauflaufen hat, die dann alle ins Internet freischaltet? Also da ich einen Mail-Server betreibe, muss ich zwangsläufig Dienste ins Internet freischalten, also Ports öffnen. Nicht die Dienste freischalten, sondern die Ports öffnen. Und ich habe das schon eingeschränkt, aber vom Komfort her, ich nehme dir ein Beispiel. Ich möchte tatsächlich meine über 100.000 Fotos lediglich auf der Diskstation auf meinem NAS haben und möchte, sobald ich irgendwo bin mit dem iPhone oder mit dem Android, was auch immer, im Bild gemacht habe, dass das, wenn ich im Wi-Fi bin, hochgeladen wird. Und das will ich so haben, so komfortabel wie möglich. Ich will nicht abends ins Hotelzimmer gehen, eine VPN-Verbindung aufbauen. Jetzt lade meine Bilder hoch, das ist mir zu doof. Ich möchte, dass, wenn ich abends ins Hotelzimmer gehe, schließe das Handy kurz ans Ladegerät an, gehe eben mal duschen. Und währenddessen lädt es halt all meine Bilder hoch. Und wenn ich dann am nächsten Tag oder kurz vor Ende des Urlaubs aus Versehen mein Handy mit an den Strand nehme, es ins Meer fällt oder was auch immer, sind meine Urlaubsbilder nicht weg. Und es ist auch weniger menschlicher Fehler dann dabei. Und da das Ganze, wie ich vorhin oder am Anfang schon sagte, verschlüsselt ist, mache ich mir da weniger Sorgen. Also was du ja schon gesagt hast, was ich da auch vielleicht nochmal unterstreichen möchte, man kann bei einem Nest relativ viel automatisieren. Also Sachen, die man vorher vielleicht per USB festblattet, dass man die im ganzen Haus rumtragen musste und gesichert werden musste und dann einem die doch auf die Füße gefallen ist oder so. Das kann man mit dem Nest halt alles super automatisieren, weil irgendwann mit der IT ist halt so komplex. Jeder hat mehrere Geräte, wie du ja schon gesagt hast. Man hat vielleicht ein iPhone, das Bilder macht, man hat eine Kamera, die man dann vom Urlaub mit SD-Karte noch irgendwie sichern muss. Das wird am Ende so komplex, dass eigentlich so ein zentraler kleiner Server im Heimnetzwerk da gute Dienste leistet. Ja, das ist absolut richtig. Also wie du gerade sagtest mit der Kamera, du schließt die Kamera ans Nest an oder nimmst die SD-Karte und schließt sie oder schließt sie mit dem Kartenleser oder manche Nest haben sogar einen SD-Kartenleser einfach an das Gerät an, drückst die Taste, so eine Copy-Taste, die haben auch ganz viele vorne und schon werden deine Bilder vordefiniert gesichert. Also wie du das eingerichtet hast und das ist so einfach, dass das auch tatsächlich jeder kann. Ich stand vor dem Problem, dass bei meinen Eltern im Haushalt immer mehr Computer und Geräte waren, die gesichert werden mussten. Vorher hat man das mit USB-Festplatten natürlich gemacht. Aber irgendwann war das halt so viel und es sind ja auch teilweise dann manuelle Aktionen nötig, zum Beispiel Festplatte anschließen. Da muss man dann auch dran denken, das zu tun, was dann keiner macht am Ende. Ja. Dass ich mir dann auch gedacht habe, das muss jetzt irgendwie mal anders gehen und hatte da das erste Nest reingestellt. Und seitdem hatte ich da auch nie wieder Schere rein. Und da sind jetzt, da sichert meine Oma drauf, ohne dass er davon weiß, da sichert meine Mutter drauf und da sichert mein Vater drauf. Das sind also drei Geräte, die da angeschlossen sind. Und hängt eine USB-Festplatte dran, wo dann halt einmal am Tag oder einmal in der Woche, ich weiß nicht, auf was ich es eingestellt hatte, automatisch ein Backup gezogen wird. Das heißt, man muss wirklich gar nichts mehr machen und das läuft einfach. Und wenn es ein Problem gibt, kann man sich ja von den Geräten per Mail oder per Warnton alarmieren lassen, dass zum Beispiel eine Festplatte ausgefallen ist. Kann dann direkt eine neue reinschieben, wenn die im Raid ist, dauert es halt irgendwie 20 Stunden und dann ist die wieder gespiegelt und alles läuft wie vorher. Also man hat echt ein paar schöne Komfortfunktionen. Da hast du absolut recht, ja. Und wo du das mit den Eltern sagst, auch bei meinen Eltern und bei meinen Schwiegereltern, alle 60 plus steht in je einem Haushalt so ein Nest-Gerät. Und beide nutzen es übrigens für die Kameraüberwachung und beide nutzen es auch, so wie ich gesagt habe, für die eigene Fotosammlung, für den Zugriff und das Backup, genau wie du gesagt hast. Und es läuft seit Jahren, ich höre nichts. Und wenn dann, wie du sagtest, schickt das Gerät eine E-Mail oder gibt einen Warnton von sich. Man kann sich ja verbinden mit VPN, sonst wie kann es seine Updates machen und kann das schön administrieren dann auch von außen. Erzähl doch ein bisschen was zu dieser Kameraüberwachung. Was hat man denn für Anforderungen an eine Kameraüberwachung und welche davon werden von so einem Nest abgedeckt? Oh, das kann ich dir zu Synology sehr gut sagen. Also Synology hat eine sehr ausgereifte und sehr weitreichende Kameraüberwachung. Das fängt jetzt ganz klein und klassisch an. Ich habe eine Kamera und möchte nur mein Büro, mein Zimmer überwachen. Das ist eine Sache mit einer Bewegungserkennung, mit einer Manipulationserkennung von der Kamera. Je nachdem, was die Kamera halt auch an Funktionen bietet, kann ich das da einstellen. Oder es geht auch weiter bis zu kompletten... Moment, ist eine Kamera, die nimmt auch VHS auf oder wie funktioniert das? Nein, die Kamera, die hat ja ein Bild. Das heißt, die steht da im Netzwerk und ist eine Netzwerkkamera, wird vielleicht auch noch von dem Netzwerkkabel mit Strom versorgt, sodass du nur ein Kabel anschließen musst. Diese muss kompatibel sein mit dem Nest. Da gibt es, wie du auch ganz am Anfang sagtest, Kompatibilitätslisten. Und dann sagst du dem Nest, ey, liebe Kameraüberwachung auf dem Nest, ich habe jetzt eine neue Kamera, suche mal ein Netzwerk nach der Kamera. Dann klicke ich da drauf, dann findet das Nest diese Kamera und binde die Kamera ein. Und je nach technischer Möglichkeit der Kamera kann ich jetzt genau das machen, was ich gerade sagte, Bewegungserkennung, Manipulationserkennung und so weiter. Und dann tut das Nest sein Übriges. Das heißt, wenn die Kamera oder das Nest eine Bewegung erkennt, einen Ton erkennt, eine Manipulation erkennt, in einem von mir definierten Bereich oder im gesamten Bild, dann soll dies und jenes passieren. Dies und jenes heißt, auf das Nest aufzeichnen, den Benutzer per Push oder E-Mail oder und E-Mail benachrichtigen oder und zusätzlich noch weitere Aktoren auslösen, wie zum Beispiel eine Alarmsirene oder sonstiges. Man ist ja, wenn ich das richtig sehe, eigentlich gar nicht teuer dabei, weil solche Überwachungstechniken, die haben ja eigentlich immer viel Geld gekostet. Wenn ich mir jetzt aber angucke, dass man da einfach das mit dem Nest und ich meine, diese Netzwerkkameras kosten ja auch nicht mehr die Welt, kann man ja schon relativ gut überwachen, ohne viel Geld auszugeben, richtig? Genau. Und es ist eine zusätzliche Sache, die du bekommst für deine, ich sage mal, 350 Euro von dem Nest und nicht nur das, was wir gerade alles besprochen haben, sondern die zusätzliche Sache. Hey, ich habe jetzt auch gleich noch eine Kameraüberwachung damit. Stimmt, ja. Die können ja, also ist ja, genau, ist ja eigentlich nur eine Zusatzfunktion, ist ja, man braucht ja da keine extra Hardware, ist ja alles schon da in dem Nest eigentlich. Hat Netzwerkfunktion, hat Speicher. Genau. Und ich kann auch weitere Aktoren übrigens anbinden, also Türsensoren, Bewegungssensoren und was es da alles gibt, das kann ich in diversen Szenarien miteinander verbinden, auch zum Beispiel, Synology hat das gerade gemacht, für Verkaufsräume, sodass ich analysieren kann, ob ein Verkauf stattgefunden hat mit der Kasse zusammen. Aber bitte frag mich da jetzt nicht tiefgehend, wie das geht. Ich habe es noch nicht eingerichtet. Wer sich da informieren möchte, sollte mal auf die Webseite des Herstellers schauen. Wir hatten im Vorgespräch darüber geredet, dass du Aufträge, also du verdienst ja dein Geld mit IT und berichtest ja Synology-Geräte ein. Warum richtest du nicht Synology und QNAP-Geräte ein? Also ich habe mir gesagt, ich biete eine Dienstleistung an und zwar errichte ich Synology-Diskstation ein. Das, was ich mache, das kann ich zu 100 Prozent und auch tiefgehend. Ich möchte nicht zu diesen schwarzen IT-Scharfen gehören, die versuchen, etwas einzurichten und sagen, ja, ich kriege es schon hin und im Endeffekt ist der Leistungsempfänger, also im Endeffekt der Kunde, damit dann nicht zufrieden. Ich möchte, dass, wenn der Support stattgefunden hat, derjenige sagt, hey, das hat er Hand und Fuß und das ist genau so gelaufen, wie ich wollte. Und zwar in einer sehr kurzen Zeit mit dem Maximum, was ich da bekommen kann und damit bin ich in den letzten Jahren sehr, sehr gut gefahren. Also es war stets jeder zufrieden und der, der nicht zufrieden war, der hat auch nichts bezahlt und das war, ich glaube, ein, zweimal der Fall. Lag dann aber weniger an mir, sondern an dem technischen Verständnis des Kunden und deren Erwartungshalte. Das finde ich übrigens eine sehr gute Einstellung. Ich hatte nämlich auch schon mal mit so, ich nenne die dann immer Wald- und Wiesen-ITler, so eine schlechte Erfahrung. Ja, ist gut. Ja, irgendwie, da gibt es ja echt viele von. Bei meinem Onkel ist was eingerichtet worden, auch ein QNAP-NAS für eine Sicherung und da wurde, der hat Landwirtschaft, da wurden dann halt diese ganzen Abrechnungsdaten drauf gesichert und das wurde erstmal gemacht mit diesem QSync, also das ist so eine Art Dropbox, die halt QNAP anbietet. Was ich aber für eine Sicherung irgendwie ein bisschen dubios fand, weil erstens würde ich jetzt dem QSync-Programm weniger vertrauen, das ist kein Standard und kein offenes Programm, wo man weiß, was es genau tut. Und dann war auch keine weitere Sicherung da hinterlegt, das fand ich erstmal dubios. Und schwupps ist es dann auch passiert, die mussten einmal restauren, dann war auch noch alles da und der musste es dann nochmal irgendwie neu einrichten und der hat dann diesem QNAP oder diesem QSync-Programm, das muss ja auch eine eigene Datenbank schreiben, dass es weiß, welche Dateien und so jetzt schon synchronisiert sind und muss ja auch eine Config-Datei auf dem NAS ablegen und hat diesen Bereich zugewiesen, der nicht beschreibbar war für den Nutzer, unter dem dieses Programm gelaufen ist. Und das hat dann am PC zwar irgendwie so ausgesehen, als tut es was, aber wenn ich auf das NAS geschaut habe, war keine einzige Datei übertragen und der ist auf Fehler gelaufen. Und das ist ja dann im Grunde das nächste Problem, wenn ich nicht weiß, dass meine Sicherung gerade nicht funktioniert, habe ich ja ein Riesenproblem und die waren dann tatsächlich, ich glaube, ein oder zwei Monate ohne Sicherung, bis ich das wieder gerade gezogen hatte. Das sind halt genau so Sachen, die, wie du richtig ja sagst, die dann einfach passieren, wenn man sich nicht in die Tiefe auskennt. Und ich, vielleicht denke ich nur so, du kannst ja auch was dazu sagen, aber man sollte schon gerade, wenn es um so sensible Daten geht, schon auf Standards oder auch so gut abgehangene Standardprogramme oder halt auf Standardprotokolle setzen, um eine Sicherung zu machen. Also wie FDP, wie Samba, also man kann ja einfach, was weiß ich, einmal am Tag so ein Robocopy auf Windows laufen lassen, der dann halt auf die Samba-Laufwerke einfach die Dateien kopiert und im Hintergrund kann das NAS ja nochmal dann auf eine Festplatte versioniert speichern. Das fände ich allemal irgendwie hilfreicher als irgendwelche komischen Apps, die da QNAP oder sonst wer bereitstellt. Ja, prinzipiell hast du da recht und viele folgen mit Sicherheit auch deiner Aussage. Ich sehe das prinzipiell auch so, verlasse mich aber auch auf die proprietären Apps. Bei QNAP kann ich da zu dem Backup nicht so viel sagen. Sicherlich habe ich das schon eingerichtet, sicherlich habe ich es getestet. Ja, das ist ja kein Backup. Die Backup-Station von QNAP ist super. Die arbeitet ja auch mit Standards, die macht Versionierungen und alles gut. Das ist ja am Ende auch proprietäre Software. Aber dieses Sync-Software, also die wie Dropbox funktioniert, also die immer guckt, hat sich jetzt die Datei geändert, dann synchronisiere ich die mal und so. Das ist ja kein richtiges, also für mein Verständnis zumindest kein richtiges Backup, weil da diese ganze Geschichte mit Westernierung ja viel problematischer ist. Ja, aber das lag ja jetzt an deinem Wald- und Wiesen-Eintirer, der das falsch eingerichtet hat. Das würde ich dafür niemals nutzen. Ja, richtig, genau. Darauf wollte ich ja raus. Ach so, okay, gut. Das ist aber auch so, dass man da schon Software benutzen soll, wo man so einigermaßen weiß, was sie im Hintergrund tut. Gut, also ja, die Backups erfüllen. Ja, und vor allem es testen. Das ist ja der große Punkt. Hat er es denn getestet? Nein, er hat es nicht getestet. Ergo, er hat es vorher noch wahrscheinlich noch nie gemacht, sonst hätte es ja funktioniert. Insofern, wenn ich dann da auch nur einen Cent Geld ausgebe und meine Güte, dann sollte man sich vielleicht an jemanden wenden, der das auch tatsächlich kann und sagt, okay, ich mache nur das und nichts weiter und bin eben nicht derjenige, der ein Allround-Angebot hier zur Verfügung stellt. Das ist richtig und testen ist ja im Grunde ganz einfach, mal eine Textdatei anlegen und gucken, ob die drüben auch ankommt, wo ich sie dann gesichert haben will. Ist ja auch kein Hexenwerk. Und bitte ein Recover. Ich möchte da ganz kurz was dazu sagen. Ich hatte tatsächlich eins gesagt. Diese Backup-Strategie, die ich vorhin erwähnt habe, die ich fahre, wollte ich in einem Video einmal demonstrieren, dass das, was ich tue, funktioniert. Ich bin hergegangen und habe meine 30 Terabyte Diskstation, die Mail-Server, VPN-Server, Radio-Server mit den ganzen Daten übrigens, die ich gerade nannte, hosted, die viele weitere Apps, meine komplette Cloud, meine ganzen 100.000 Fotos, alles drauf hat. Bin ich hergegangen und habe gesagt, Volume löschen. Ich habe komplett alle Daten, alles gelöscht, habe das RAID neu aufgebaut und habe dann ein Disaster-Recovery mit der USB-Festplatte gemacht. Ich war da mehrere Tage drüber, bin morgens auch immerhin mit verschlafener Stimme dann vor dem Computer, Mikrofon an und gesagt, so, jetzt sichert der Mail-Plus-Server oder der Recover, der Mail-Plus-Server leider immer noch und habe tatsächlich geguckt, kann ich denn in einem Gaufall, im schlimmsten Falle, egal ob Diebstahl, Brand, Überschwemmung oder was auch immer, ich habe ein neues Mess und möchte meine Daten wieder haben, kann ich denn tatsächlich alles wiederholen? Und ich rede nicht nur von Daten, sondern mir geht es primär darum, auch, wie bei Apple es so schön einfach ist mit Time Machine, meine Apps und meine kompletten Einstellungen, meine Zertifikate, die ich damals installiert hatte, die ganze Konfiguration wiederherstellen. Die ja Stunden gedauert hat wahrscheinlich. Richtig. Tage, Stunden und viel Erfahrung. Und je mehr du darauf nutzt, umso länger dauert das auch. Und ja, es hat bei mir geklappt und ich habe es bewusst im Video gemacht, den Disaster-Recovery-Fall, damit Menschen auch mal sehen, klappt es oder klappt es nicht. Wenn wir jetzt schon beim Thema Backups sind, was spielt denn da bei dir Verschlüsselung, spielt bei dir Verschlüsselung da eine Rolle bei Backups? Auf jeden Fall. Was ist denn, wenn bei meinen Eltern eingebrochen wird und dort meine Backup-Festplatte geklaut wird? Dort steht sie nämlich 400 Kilometer weiter und darauf sichere ich auch dieses NAS von meinen Eltern, wenn es da geklaut wird und derjenige an meine Daten, an meine Geschäftsdaten kommt, das wäre fatal. Alle Backups bei mir sind grundsätzlich verschlüsselt. Das heißt nicht nur die Backups wahrscheinlich, sondern auch das NAS an sich, oder? Das NAS an sich und die Übertragung auch. Das heißt, Hardware-Verschlüsselung gibt es wahrscheinlich auch bei Synology, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Die haben das schon integriert, also auch das ist kein Hexenwerk, das habe ich nämlich dann schon beim Einrichten gemerkt. Da wird man direkt gefragt, ob man verschlüsseln möchte und das sollte man auf jeden Fall tun und auch nicht. Das finde ich bei QNAP ganz bescheuert, die bieten einem an, den Verschlüsselungsschlüssel zu speichern im NAS. Also das habe ich noch nicht verstanden, den Hintergrund. Klar, wenn man dann nur die Festplatten klaut, dann ja gut, könnte man nichts mehr damit anfangen. Aber wenn man die ganze Kiste dann klaut, was ja wahrscheinlich der wahrscheinlichere Fall ist, dann hat man den Schlüssel im Weicherliegen oder wo auch immer. Ja, das ist richtig. Das gibt es bei Synology auch. Da kannst du das auf einen USB-Stick oder in Zukunft wird das auch anders gehen auf dem NAS. Aber solange die Lösung nicht da ist, dass derjenige, der das NAS komplett klaut, nicht an meine Daten rankommt, sehe ich das genau wie du. Der darf da auf keinen Fall sein. Es ist halt immer der Komfort, der Privatmann zu Hause, der vielleicht nach dem Stromausfall oder der vielleicht sein NAS mal gebootet hat, auf einmal nicht mehr auf die jetzt Verschlüsselten und noch nicht für das Netzwerk bereiten Ordner und Daten zugreifen kann, der geht her und schließt den USB-Stick an und sagt, ach komm, da habe ich keinen Bock zu. Bei dem passiert es nämlich im Urlaub. Er ist im Urlaub, hat einen Stromausfall zu Hause, Strom ist wieder da, das NAS startet neu und alle Daten stehen nicht bereit, weil die Entschlüsselung eben nicht möglich ist. Und das ärgert ihn. Und in dem Falle aus Komfort schließt das an, bedenkt aber nicht, dass der natürlich auch alle Daten hat. Genau, dem will ich jetzt entgegensetzen. Man kann sich ja beispielsweise mit dem VPN dann wieder ins Netzwerk verbinden und da die Entschlüsselung dann so anstarten. Genau, sehe ich auch so. Das ist ja auch natürlich richtig, wie du sagst. Also Sicherheit hat immer ein bisschen Komforteinbußen, aber ich bin da echt auch der Meinung, die sollte man auch in Kauf nehmen auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch mein Backup mal umgestellt. Ich habe die ganze Zeit auf einen privaten Server, also auf einen virtuellen privaten Server gesichert, der im Netz, also im Internet stand. Hatte das auch so mit eCryptFS verschlüsselt, aber da hat man immer den Nachteil, dass halt während da synchronisiert wird, die Daten halt im Klartext drauf liegen. Ja. Und das war mir jetzt aber auch zu heikel. Jetzt habe ich ja eine App installiert, die mir auch sehr gut gefällt. Da kann ich schon mitgeben, dass er also per SFTP, das heißt eine verschlüsselte Übertragung zu dem Server hat und die Datei nochmal mit einem anderen Passwort verschlüsselt und auch nur verschlüsselt ablegt auf dem Server. Das heißt, da kann jetzt, oder es sollte gar nichts mehr passieren. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, aber es ist ja nicht, wir reden ja jetzt hier nicht von theoretischen Sachen, sondern es gab ja jetzt wieder diesen Facebook-Datenskandal, wo sich alle aufregen, dass Facebook tatsächlich die Daten braucht, die man denen da hinstellt. Oder wir hatten ja auch diese ganzen Skandale, wo irgendwie von irgendwelchen Cloud-Anbietern, Google Drive oder iCloud, von irgendwelchen Nacktfotos runtergehackt wurden. Also es ist ja nicht, dass wir jetzt in einem luftleeren Raum hier diese Ideen haben mit Verschlüsselung, sondern das ist ja tatsächlich ein Thema. Und wenn man vernünftig verschlüsselt, kann einem halt sowas nicht passieren. So ist es. Dann danke ich dir für das Gespräch. Ich danke dir dafür, dass du mich noch einmal zu dir eingeladen hast, mehr oder minder zu dir, über das Telefon. Hat mich sehr gefreut und hat mir Spaß gemacht. Ich danke dir auch. Und vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Gelegenheit, du beschäftigst dich ja auch mit Netzwerkgeräten, also Routern und Modems sehr viel. Vielleicht hören wir uns dann nochmal, wenn du Lust hast. Ich würde mich freuen. Also dann einen schönen Abend. Ciao. Den wünsche ich dir auch. Danke. Ciao.